Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir befinden uns hier gerade mit unserem Jeremy. Und wie mir aufgefallen ist, scheiden die Plugs ein bisschen kaputt zu sein. Wir ignorieren das einfach erstmal, würde ich sagen. Aus den meisten Winkeln sieht man es eh nicht so gut. Aber wenn man es weiß, fällt es dann doch irgendwie auf. Aber ohne Plugs wäre er halt nicht mehr Jeremy. Ich sag wie es ist. Auf jeden Fall ist heute dieser Part sehr besonders, denn wir heiraten endlich. Denn Amaya hat tatsächlich den Anruf fürs Erbe bekommen, wo man dann heiraten muss. Und da hatten wir das Geld gerade sehr gut gebrauchen können, weil wir ja umziehen wollen. Haben wir einfach mal unsere Pläne umgeschmissen und gesagt, wir heiraten jetzt schon. Ich bin sehr aufgeregt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe schon deren Outfits vorbereitet und ich habe schon fast geheult, aber ich sag wie es ist. Deswegen würde ich jetzt einfach mal für heute die Hochzeit hier hinzufügen. So und erstmal laden wir natürlich Luna als Trauzeugen-Sim ein. Dann ist Elaine, unsere Offiziantin. Das mit dem Blumenkind hat funktioniert, jawohl. Ich hoffe, dass es funktioniert auch. Und dann haben wir natürlich noch ein paar Gäste. Als ob wir nur sechs reguläre Gäste haben, das ist tatsächlich gar nicht so viel. Aber ich sehe die auch ehrlich gesagt nicht mit so einer Riesenhochzeit. Im Kleinkreis ist ja auch schön. Ich glaube, das sind so die Dinge, die denen am wichtigsten sind. Weil ich habe jetzt auch keine Torte oder so besorgt, aber ich finde, das muss doch nicht unbedingt sein. Und da seht ihr schon unsere Mäuse. Ich kann doch nicht mehr, Leute. Wir gucken uns das natürlich dann gleich nochmal genauer an. Aber der Ort, den ich ausgesucht habe, der wird hier nicht angezeigt. Deswegen wähle ich mal kurz diese Residenz aus hier. Die Hochzeit beginnt um 11. Das heißt, dann können wir das noch ändern. Also hier ist es als Hochzeitsschauplatz getaggt. Jetzt ist es hier als Wohngrundstück. Das ist ganz wild manchmal. Jetzt geht's! Jawohl! Sehr schön. Dann sind wir jetzt so gut wie ready. Hier wird noch einmal Panik-Kaki gemacht und geduscht. Ich bin so aufgeregt, Leute. Warum steht er jetzt nur noch zwei Tage? Wir werden absolut gar kein Geld mehr dafür bekommen. Es ist absolut sinnlos gewesen, dass wir das angenommen haben. Naja, ist jetzt auch egal. An dem Punkt ist es auch zu spät. Okay, ich war gerade ein bisschen verwirrt, eben als ich sie angezogen habe. Weil es einfach aussah, als hätte sie so ein kleines Baby-Bäuchlein und ich war schon so... What is happening? Aber sie ist nicht schwanger. Dann scheint sie einfach nur ein bisschen Blähbauch zu haben manchmal. Was absolut okay ist, aber ich weiß so... Oh Gott, was ist denn hier passiert? Ich hoffe übrigens, dass in Newcrest ein bisschen besseres Wetter ist. Die schlabbern sich hier jetzt schon ab, also... Ich weiß doch auch nicht. Jetzt ist sie nackt. Was ist denn hier los? Im Regen duschen. Ja, die Frau ist echt unrechenbar. Kein Wunder, dass sie dieses Trait hat, hm? Juckt sie ja auch einfach nicht, im Gewitter draußen zu sein, ne? Alle haben Panik und sie so... Alles normal. Jetzt steht ja schon nur noch 24 Stunden. Ich kann doch nicht mehr. Stopp! Ich möchte doch Geld. Wir können ja schon mal hinflitzen eigentlich, ne? Luna und Caleb sind auf jeden Fall schon da. Aber ich zeige euch erstmal die Location, würde ich sagen. Und hier ist Hammerwetter vor allem. Also ich finde es richtig süß. Also wenn man reinkommt, hat man hier einfach direkt den Bereich, wo dann die Zeremonie stattfindet. Hier oben ist ein kleiner Raum, falls man sich mal zurückziehen muss. Und hier oben ist auch noch so ein bisschen romantic, voll süß eigentlich. Und dann draußen ist halt die hauptsächliche Action, ne? Ich lieb's auf jeden Fall. Ist super süß. Hier hinten ist dann auch so ein Brunnen und so. Hier ist dann das Essensdings. Dann sprich ja mit deiner Trauzeugin. Das macht man bestimmt so vorher. Judith Ward denkt sich so, moin. Ich meine, wir können ja schon mal den Brunnen füllen, oder? Ich weiß nicht, ob man jetzt extra diesen Trinkspruchbehälter braucht zum Trinken oder ob das reicht. Aber hier haben wir unseren Jeremy, der das falsche Outfit anhat. Ich hab seine Haare mal ein bisschen ordentlich gemacht und er hat einen anderen Anzug an. Wer hätte gedacht, dass man ihn mal so sieht. Ich kann durch die Amaya gar nicht zeigen. Ich bin so aufgeregt. Die wunderschöne Braut. Was zur Hölle hat Sophia an? Darüber reden wir jetzt nicht. Ich kann doch einfach nicht mehr. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie erwachsen ist. Pretty. Möchte Celeste sich vielleicht auch noch umziehen. Ursprünglich hatte sie in ihrem Abendoutfit auch ihre normalen Haare. Aber ich dachte, für die Hochzeit der eigenen Eltern kann man schon mal ein bisschen die Frisur hübsch machen. Warum habt ihr alle so komische Sachen an, Leute? Hört auf. Und hier sind so viele fremde Leute. Das macht mir auch ein bisschen fertig. Aber was soll's. So, setzt euch alle hin. Ja, noch weiter weg geht nicht, oder Leute? Oh mein Gott. Und dann Ehegelübde vor dem Offizianten leisten. Das ist unser Traum. Ich hoffe, dass es funktioniert. Die Leute sitzen. Vielleicht nicht da, wo ich sie haben will, aber sie sitzen. Elaine ist auch auf dem Weg. Wow. Nicht ganz der Ort, wo ich mir das gewünscht habe. Was ist hier los? Nein. Warum tun sie mir das an? Okay, ja genau. Wenn ich hinsetze, ist wieder alles okay. Diese fremden Menschen finde ich ja blöd. Elaine. Wunderschöne Rede. Es ist doch nichts passiert, oder? Naja. Wenn sie eine Rede gehalten hat, dann super. Also ich dachte, das wird hier ein bisschen romantischer, Leute. Aber... Ach, jetzt heulen alle. Das ist ein bisschen schön auch. Ja, so wollte ich das. Warum wurde Getränke schon abgehakt? Was ist hier passiert? Da ist der Ring. Oh. Warum setzt ihr euch jetzt hier in Hilfe? Man braucht dieses extra Dings tatsächlich. Aber es ist jetzt noch nicht komplett terrible, ne? Wir Trinksprüche versammeln, bitte. Es ziehen sich alle um. Weil es zu heiß ist. Och Mann, ey. Geil. Du nimmst jetzt nichts zu essen. So, und dann bitten wir vielleicht Cherry einfach mal, einen Trinkspruch auszusprechen. Ich bin auch nicht so ganz überzeugt von dem allen hier. Aber hey, sie bringt einen Trinkspruch aus. Ist vielleicht jetzt nicht alles so romantisch, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ist schon okay. Wir können gerne sagen, dass es Zeit zum Essen ist. Celeste Roberts! Ja, das Hochzeitspaar sitzt auch nicht zusammen. Naja. Immerhin tun sie aber das, was ich sage, ne? Es ist nicht ganz so, wie erhofft. Aber da ist okay. Ich glaube trotzdem, dass Amaya und Jeremy sich sehr wohl fühlen gerade. Muss ja nicht alles perfekt laufen. Ich meine, konnten die ja nicht wissen, dass hier so eine krasse Hitzewelle ist. Ich habe kein Geld bekommen, Leute. Die Stimmung war durch, bevor sie geheiratet hat. Kann das doch alles nicht mehr. Wir haben jetzt extra geheiratet, um Geld zu bekommen und bekommen dann das Geld nicht. Wow. Ich frage mich gerade, was ist hier passiert? Warum sind hier Seerosen mitten in der Luft? Wir stellen mal kurz Personal ein. Ein Star-DJ, ne? Ganz oder gar nicht. Damit wir auch schön hier dansen können alle. Aber guck mal, er unterhält sich auch mit seinen Schwiegermüttern jetzt. Ich weiß, die haben immer noch eine rote Leiste und so. Aber sie unterhalten sich. Wo ist unser DJ? Oh, da ist jemand. Jade Ulrich. Ja, okay. Dann können wir jetzt tanzen. Immerhin macht es allen Spaß scheinbar, ne? Zur Hochzeit gratulieren. Das ist seine Frau. Du kennst ihr noch die ewige Liebe. Elaine brüllt jetzt ihn an. Was ist hier los? Das ist nicht okay. Das soll hier eine schöne Hochzeit werden. Hört auf zu streiten. Und ihr seid süß jetzt, okay? Amaya ist richtig horny erstmal. Super. Also, da wird auf jeden Fall nachher noch was laufen. Sie hat eine Stimmung zu Elaine, weil sie eine gute Rede gehalten hat. Oh, I love it. Also, Celeste hat auf jeden Fall eine gute Zeit hier. Wer bist du? Aber danke. Wieso ist die jetzt... Warum beleidigt Elsa sie? Ich dachte, sie beleidigt sie. Was ich noch irgendwo versteht könnte, weil sie unberechenbar ist. Aber nein, Elsa beleidigt einfach. Amaya. Naja. Ich habe 600 Simoleons bekommen für die Hochzeit. Ich weiß nicht. Irgendwie sind jetzt noch nicht so viele Leute begeistert. Aber wenigstens sind die Mäuse gerade okay mit der Situation. Ich will jetzt aber noch was ganz Besonderes machen. Weil ich würde behaupten, damit das am Igen-Gefühl noch stärker ist, wird der Name angenommen von Jeremy. Gar doch nicht Amaya Johnson einfach. Und Celeste natürlich auch. Ah! Ich finde, das ist ein wichtiger Schritt. Jeremy chillt hier oben. Ist so eine Mut, ne? Warum haben wir Rechnungen bekommen? Das ist nicht in Ordnung. Wow. Kaum zurück in Windenburg, schon ist hier wieder Gewitter. Oh. Ihr seid so süß, ne? Die sind sehr zufrieden. Ja. Das sehe ich auch. Frisch angetrauten Sim, verliebt an Sehner. Ich kann doch nicht. I mean, irgendwie schon. Aber ihr hattet vorher gesund. Das fand ich auch sehr schön. Ah, ne. Machen wir auch nicht. Weil die sind doch noch gesund, oder? Ja. Das finde ich besser. Dann nehmt euch doch die Zeit und kuschelt ein bisschen, Zwinky. Und so endet einfach der Tag der Hochzeit. I can not. Ich freue mich so für euch Mäuse. Auch wenn wir jetzt das Geld doch nicht bekommen haben. Aber da wir eh heiraten wollten, macht das jetzt eh keinen Unterschied. Wir haben es halt nur jetzt ein bisschen früher getan. Celeste ist wie immer um 6 Uhr wach. Aber ich meine, wenn man zur Schule geht, ist es tatsächlich relativ normal. Ich finde es nur wild, wenn sie am Wochenende immer so früh aufsteht. Weil nutzt die Zeit doch so ein bisschen zu schlafen. Gell? Kannst du noch kurz die Rechnung bezahlen, bevor wir es vergessen? Ich werde auf jeden Fall nach dem Part mal schauen, wie viel Geld jetzt wirklich noch fehlt. Also, dass ich einmal alles einsacke, was wir brauchen für den Umzug. Und dann halt einfach mal schaue, wie viel da wirklich dann noch fehlt, finanziell. Dass wir halt einen genauen Wert haben, wie lange wir dann noch sparen müssen. Sie hat einfach nur noch einen Tag, den sie sich freinehmen kann. Ups. Ich denke, wir sagen ihr, dass sie üben soll, wie man sich verbirgt. Girl, es reicht. Räum das jetzt sofort auf. Mami, fertig. Und du, mach mal eine Simstagram-Story. Ich bin verheiratet. Ich meine, kann sie ja auch ein Video zu machen, ne? Und Jeremy sollte sich dann auch einen neuen Job suchen. Simstagram-Server? Nur weil wir Level 5 sind? Wow. Auf gar keinen Fall. Oh, das finde ich ganz passend eigentlich. Dass er sagt, wir arbeiten an einer Mod für ein Videospiel. Das nehmen wir. Wieso haben wir schon mit Kunden gechattet? Machen wir vielleicht gleich nochmal. Ja, weil, also, weiß ich nicht. Und wir wollten ja ein neues Bestreben wählen. Also wir haben ja dieses hier mit Programmieren und so. Aber da muss man, genau, da muss man nämlich in die Technik-Google-Karriere. Das finde ich dann ein bisschen blöd. Dann würde ich vielleicht tatsächlich Supervater nehmen. Das war nämlich auch ein Vorschlag. Weil er jetzt ja die erste Zeit nicht wirklich für Celeste da sein konnte. Und jetzt ja schon versucht, sich mehr auch dann ins Leben einzubringen, indem er jetzt ja auch dann zu ihnen gezogen ist. Ja, dass wir eben jetzt versuchen, ein großartiger Vater zu sein. Und nicht nur ein Vater, der zwar cool ist, wenn er da ist, aber die meiste Zeit dann doch nicht da ist. You know? Oh, er hat sich halt einfach verändert. Oder ist halt nicht mehr ganz so niederträchtig wie vorher. Er hat zwar immer noch das Merkmal Böse, aber das kann sich ja theoretisch auch ändern. Deswegen, wie gesagt, wir bleiben dabei mal. Er hat schon das erste komplett erledigt gehabt. Das ist so süß. Dann darf er mit den Kunden chatten. In Unterhose. Wie es sich gehört, ne? Ich denke, viele Freelancer werden das kennen, dass wenn man von zu Hause arbeiten kann, dass man dann auch gern mal in Unterbuchs hockt. Also ich hab ne Hose an. Nur um das nochmal klarzustellen. Das chatten ging auf jeden Fall fix. Ah, und die möchten schon wieder, dass wir ein Video hochladen. Wir bekommen halt mehr Geld, wenn wir ein Video zum Thema Kochen hochladen. Aber ich glaube, es ist okay, wenn wir einfach dann sagen, hey, auf der Hochzeit, wir können ja über das Essen reden und das dann zum Werbepartner quasi überstülpen. Dann kriegt sie zwar weniger Geld, aber wir sparen zwar, aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass wir auf jeden Cent jetzt gucken, ne? Verliebt, verlobt, verheiratet. Hashtag Hochzeit. Hashtag Just Married. Hashtag Ad. Elaine ruft an. Unsere Urkunde. Oh. Wir haben eigentlich keinen Platz dafür. Wir behalten sie erst mal im Inventar. Ah. Ah. Terry, mir war in letzter Zeit richtig fröhlich. Alles läuft gut und er hat keine Sorgen. Ja. Oh, ich freue mich so für ihn. Schaut, er ändert sich einfach wirklich. Ich kann auch nicht. So, welches Spiel modifizieren wir denn? Schon Blickblock, oder? Sollte er wohl hinkriegen. Er wünscht sich trotzdem noch einen Feind zu machen. Also, ganz ablegen kann er das Ganze natürlich noch nicht. Aber, das ist ja auch ein Prozess. Das ist uns aber, glaube ich, auch allen bewusst. Terry ruft an. Sie möchte auch telefonieren. Immer diese Mütter, die anrufen. Ist großartig das Beste, was es sein kann. Ich lade es einfach hoch. Noch mehr Disgusting geht nicht, oder? Yay, geht. Fortschritt bei der Angstbekämpfung, das ist auch super wichtig. Es wäre schon cool, wenn sie irgendwann alle ihre Ängste fertig hat, aber... Fertig hat vor allem, dass sie die ablegen kann. Aber es ist schon unrealistisch, dass sie alle Ängste verliert. Aber je mehr, desto besser. Ich finde aber auch schön, dass der Trott bei denen einfach weitergeht. So, gestern war die Hochzeit, das war so ein komplett besonderer Tag. Und einen Tag später arbeiten die weiter an ihren Dingen. Sie dehnt sich schon, da kann sie auch joggen gehen. Gemeinsam sind wir stark. Och, Mausel. Ich glaube nicht, dass man sich bei Jeremy noch Gedanken machen muss, dass er Interesse an irgendeiner anderen hat. Alia möchte vorbeikommen, gerne. Ich habe gesehen, was du letzte Woche getan hast. Ich war da, ich habe alles gesehen. Du steckst echt in Schwierigkeiten, Mädchen. Du kannst nicht irgendwie eine Achtjährige oder so anrufen und die versuchen zu pranken. Ich glaube auch nicht, dass sie einfach auflegen würde. Ich glaube, sie würden fragen, Hallo, was soll denn das hier? Das ist einfach ein erwachsener Mann. I can't. Und klar, komm einfach rein, wenn deine Freundin gerade duschen ist. Anscheinend macht man das so bei den Landgrabs. Die reichen Menschen haben keine Scham oder so. Wie sie direkt ihre Schlafsache angezogen hat, ist so eine Mut, ne? Er ist auch fast fertig mit dem Job. Sehr, sehr gut. Produktiv, würde ich sagen. Oh, das ist so gemein. Weil sie einen Teilzeitjob hat, kann sie gar nicht sich noch zusätzlich als selbstständig melden. Weil ich hätte da gerne reingeschrieben, dass sie halt eben, ja, Musikerin ist. Und, I guess, Web-Videoproduzentin. Aber ich kann halt nicht. Das hat super funktioniert, sehr schön. Sophia ruft an und sie hat sich mit irgendjemandem getroffen. Freut mich. Vielleicht ist die Person ja dann auch mit für die Kinder da. Weil sie hat ja auch Kinder. Also, das ist ja wirklich... Wir sind einfach mit Teen-Moms irgendwie zusammengekommen. Und vor allem von den anderen wussten wir es ja auch lange nicht. Deswegen ist das irgendwie nochmal besonders wild alles. Amaya lässt es sich auf jeden Fall gerade noch gut gehen. Und die zwei Mäuse spielen hier. Süß. Ich kann es auch kaum abwarten, wenn Celeste tatsächlich dann auch eine Teenagerin ist. Also, ich meine, ich bin ja immer diejenige, die sagt, oh mein Gott, ich kann das nicht fassen und so. Aber ich freue mich trotzdem, weil das Teenager-Umstyling ist immer so das Krasseste, meiner Meinung nach. Und wir alle wissen, wie sehr ich Umstylings liebe. Und ich glaube, Celeste hat ein Riesenpotenzial, weil A hat sie super attraktive Eltern und B ist sie übel die coole Person. Deswegen bin ich einfach schon super gespannt. Ich denke schon, dass wir so lange noch spielen werden. Weil ich habe ja gesagt, so plus minus 50 Parts. Und sie hat jetzt so in so drei Wochen Geburtstag. Werden wir ja wohl noch hinkriegen, ja. Außer ich brauche wieder sehr lange für meine Tari. Und dann wird es schwierig. Aber es wäre schon cool. Wenn es knapp nicht wird, können wir sie auch einfach frühzeitig altern. So ist es ja nicht, ne? Ist es nicht ein bisschen unangenehm, wenn die Tochter Besuch hat, die ganze Zeit daneben zu sitzen? Dass er mal reinschaut, kann ich total nachvollziehen. Aber dass man die ganze Zeit daneben sitzt, ist wild, glaube ich. In dem Alter möchte man das doch schon nicht mehr. Sie muss auch direkt gehen, sie so, mmh, unangenehm. Oh, warum, weil er war jetzt gemein zu ihr, was? Bitte entschuldigen mir deine Tochter. Ich glaube, manchmal findet er auch einfach nicht die richtigen Worte, wenn ich ehrlich bin. Er möchte ein guter Vater sein, aber vielleicht gerade eben, weil er in sich noch dieses Böse hat, rutscht es dann auch nochmal wieder durch, ne? Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es weniger geworden ist, seitdem wir ihn jetzt halt im Let's Play so integriert haben. Also, es gibt Fortschritte. Amaya hat einen neuen Urlaubstag verdient. Yay! Das ist doch genau das, was wir uns gewünscht haben. Warum hast du die Blumen eingesammelt, hä? Da passt man einmal nicht auf. Ich würde aber an der Stelle den Part beenden. Ich denke, dass es sehr, sehr schön war. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich einmal schauen, wie viel Geld wir genau in unserer Bank brauchen, damit wir uns das Haus leisten können. Also, die Doppelhaushälfte. Damit wir endlich umziehen können. Und dann hoffe ich, dass wir das jetzt irgendwie demnächst machen können. Vielleicht hastern wir dann beim nächsten Mal nochmal richtig rein, damit wir es vielleicht in Part 40 machen können. Das wäre super cool. Vielleicht schaffen wir es aber auch im nächsten Part. Ich weiß ja nicht, wie viel jetzt noch fehlt. Ob überhaupt noch was fehlt. Entschuldigung für den Hick auf. Ansonsten wie immer, bei Ideen gerne in die Kommentare damit. Und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und Tschüss! 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 Tschüss!